Einen wunderschönen Guten Tag Leute da draußen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, den Oraios Ich kann jetzt mal einen Schoff von meinem Osaft trinken Mit dabei war keiner, Solo Queue Wir alleine, wir spielen auf jeden Fall Au Mir egal was jemand dazu sagt, wir spielen Au Quang So Und ich möchte gerne Au spielen Was sagt Nipali so Ich will eigentlich schon Au Aber ist egal Kuckuck lock einfach rein Na das ist doch mein Mann Nächste Runde werde ich diesen Dammes gemacht Da guckt euch mal wie er leuchtet Seht ihr das? Das sieht doch richtig schön aus Was findet ihr nicht? Richtig schön Einfach das Gesicht, das passt auch dahin Das sieht auf allem wie hell das aussieht Das sind die richtig schön Aber ein Gameplay kommt ein andermal dazu Ich spiele jetzt diesen Skin hier Für die Aufnahme, die ihr mal sieht was er für ein Skin ist Äh, so Damit wir auch Musik haben Okay Bin mal gespannt, äh Wie diese Runde verlaufen wird Hibo und Danube Das ist ja was mich sehr freut Nicht Ähm, ich war jetzt am Tag wie gesagt nicht da Das waren richtig schöne zwei Tage Ich hab gesagt ich bin dieser, 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 dieser Anstalt da Dieser, dieser, ähm Wie heißt das? Wie heißt das nochmal? Wo war man da? Jugendbildungsstätte? Keine Ahnung wie das hieß Wir waren richtig nur zwei Tage Mir hat's sehr viel Spaß gemacht dort Und ist einfach ziemlich cool Nur mal so mit ihr wisst Was ich letztens gemacht hab So jetzt komm ich nicht mal wieder auf das Spiel Wir spielen auch Punk Und los geht's So Kodan Boots Blink Und los geht's Oioioioi Hier sieht ihr den Skin Ein Gameplay von ihm Ich finde Ich weiß Er kostet 500 Games Und ich sag mal so Er ist überteuert Ja Ich mag den Skin auch nicht besonders Ähm Das war ein bisschen lauter Ähm Ich mag den Zorn wie gesagt auch nicht Ich bin auch kein Freund davon Aber Egal Das VoicePack ist auch scheiße Aber wofür gruppe ich denn das, wenn keiner mitmacht? Egal. Ähm, warum ich mir cool am Boots anfange, ähm, sehr gut im Early-Game. Und Late-Game auch besser als Damage-Boots, glaub ich. Zum Glück habt ihr ihn gestunnt. Mein Team zumindest. Und das war sehr schön. Nächste Runde wieder mit ein paar Leuten. Aber erstmal wieder eine Runde alleine. Zwischendurch ein paar Solo-Queues müssen aus sein. Ob es dann wieder Konkurs hört und auch eine Runde Arena, keine Ahnung. So, wir haben rollt. Beats hat. Haben die drei. Kali und Hebo. Fokus. Oh, da ist ein Partikel. Oh, da ist ein Partikel. Oh, da ist es offline. Loki, bye-bye. Wohl einfach Broken Legs. Und stehen wir denn auf der Nubis 2? Wir haben die Nubis, nicht mit dem Team. Wieso zoome ich ran? Frage, wir können mal fragen. Im Leben eines Oreos. Oder Oreos-Keks. Okay. Die Runde wird ein bisschen schwerer. Das sieht man auch. Allein wegen Anubis, Hippo und damn fucking Beats. Aber wir haben auch einen Hippo. Naja, wir fahren uns ein paar Items. Wird schon laufen. Ach komm. Ich bin kein Fan von diesem Skin, wie gesagt. Aber das Update ist trotzdem schön. Denn die Diamond Skins und so weiter wurden überarbeitet. Habt ihr am Anfang gesehen? Ich hab's hier am Anfang des Videos mal gezeigt, wie das aussieht. Ich finde, die Diamond Skins sehen richtig gut aus. Oh, zumindest, was heißt Diamond Skins. Ich hab noch nicht den Gold Skins ausgenommen. Ich hab noch nicht den Diamond Skins. Ich hab noch nicht mal ausprobiert oder angeschaut. Ich hab noch nicht den Diamond Skins gesehen. Weil ich glaube auch zukünftig den Diamond Skins ich erpicken würde. Ach komm, Hippo. Habt ihr wieder die Hippo gesehen, wie er mir die Welle gegeben hat? Aber wird nicht mehr angeschaut wie Schadens gemacht. Ja, schade. Läuft grad nicht so gut. Zwei Deaths, zwei Kills. Wir sind doch durchschnittlich scheiße. Naja. Und das war's mit Drama. Aber so ein Schaus Gameplay wäre da auch was Schönes wieder, oder? Und das war's mit Drama. Ah, du bist Beatdown. Boah, ping doch noch lauter. Kali kriegt er ja nicht mehr. Loki, was ist los mit dir? Ja, nehm ihn dir. Ja. Ja, der hat auf jeden Fall mega krass. Also voll Legs. Egal. Hau mal einen Sprint. Oh oh. Die Welle. Hippo verteidigt immerhin einer, das ist gut. Hau mal einen Sprint. Hau mal einen Sprint. An ally has been defeated. An ally has left the game. Retreat! An ally has been slain. You have sent an enemy into the darkness. Retreat! An ally has been slain. An ally has been slain. Eti. Achse. Es ist noch nicht so gut. Die Minions haben erreicht. Oh, oh. Elf! Die Verteidigung! Jesus, mein Mann. Die Minions haben erreicht. Die Böden ist frei. Oh, ich habe meine drei nicht getroffen, ey. Beziehungsweise, wir failed. Okay. Guck mal, auf jeden Fall schon auch wieder los, wieder zu spielen. So schnell was her. Hibo, hinter dir. Kannst du deine Augen aufmachen? Und was ist das für eine Kali? Was ist hier los in der Runde? Wieso habe ich 7,5? Ich meine, das wird ein Save-Lose, aber egal. Gameplay-Folge. Eine Folge von euch. Dann war schwer die Welle, er hat überlebt, er freut sich in Keks. Oh, shit. Killing spree. Oh, tosh. That's too bad. The battle, friends. An enemy has been taken by the darkness. An ally has been conceived. Death becomes them. Killing spree. Oi, oi, oi Ah, war schon die Hibo-Welle Porten verteilen konnten wir da ja nicht Er hat Gebeats, merken wir uns Er hat aber noch Aegis da Letztendlich hat er ja Beats und Aegis aktiviert Jetzt hat er noch Aegis Ja, los komm, ich restart mein PC, komm mal wieder Oh Kai denkt, er scheint jetzt auch zu bellen, sollten Kai für die KD, 3, 6 Naja, ich hör mal ab Oh, jetzt heißt es aber abbauen So wie wir mal fährt, weil wir in der Base sind Auch haben wir Schaden So, komm Kuma ist voll in Ordnung, da braucht sich nicht jemand schuldigen Enemy Hibo hat so ein Item Build, ok Tako in Japan, war zu schnell tot Sollte Hibo, sollte Hibo Oh, die kann ich mich, die möchte mich, die möchte mich, die möchte mich, die möchte mich. Ach, fuck. Zeit, Niveau, 6, 5. Soll mal fressen halt, der Junge, ist auch nicht grad so krass. Lieber so wie Rama, fienden und leise sein. Komm her. Komm her, Carly. Wirkofill. A Comrade ist vor allem, an Energie zu tun. Wunderschöne. Wunderschöne. Oh, die Stabbe. Oh, sorry. Awesome. The Battle of Rage. Retrieve. Stank. Retrieve. I have returned. Oh, I really don't. I'm a Spanner in the works. Now? Naja, Kordai Kill, zufrieden. Habe ich ganz kurz meinen Bandai gesehen. Hätte aber zu cool gewesen, in der Aufnahme mit dem Penta. Wäre zu schön gewesen. Penta haben wir drin, ja. Oh, ich kann einkaufen. Schön, dass Luki mal wieder da ist. Schon 2-2. Der Junge ist gut. Nur ohne Disconnect hätte er mir wesentlich besser gefallen. Oder wird das jetzt ein Mega-Comeback? Retreat! Retreat! Schrauben Sie sich! Kein Problem! Nein! Das ist ein Schatz! Kommt die Vorten, attack die Minion! Attack! Enemies in der Fire Giant! Attack! Ultimate ist right in Attack! Okay! Das ist ein Schrauben! Killing Scream! A Comrade! Sorry! Help! Help! Oh! My way! Ach komm, Hibo, halt's Maul! Du hast keine Ahnung, wie man spielt! Mal flähen wir unseren Kummer! Kummer hat schon richtig... Na gut, er war zu deep, aber er hat mit uns was richtiges gemacht! Da sollte er schön seine Fresse in der Evo! Mhm, 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 mhm! Okay! Danke fürs Zuschauen! Tschüss halt rein! Und bis zur nächsten Folge! Ich kann mir das nicht holen! Okay! Partie existiert auch nicht mehr, zum Glück! Äh, ja, jetzt nochmal kurz die Skins angucken mit AU! Warte auch nicht, tschüss! Ähm... Aber damit sieht richtig cool aus! Tschüss, ihr drei und euer... Euer Reios!